Okay, weiter geht's. Moment, wir wollten hier nochmal mit Donkey Kong her. Suchen wir uns also ein nächstgelegenes Tauschfass. Hey, das Candy Kong. Hi Candy, gib uns dein Handy. Hat Candy eigentlich irgendwas Neues für uns? Tatsächlich. Tatsächlich. Heute ist dein Glückstag, man. Gib mir fünf Münzen und ich mach was ganz Tolles. Yeah, muss zoom. Oh, ey, guck mal. Habt ihr das gesehen? Ist ja geil. Hier, tatsächlich, im Hintergrund steht, das ist ja krass, das fällt mir jetzt zum ersten Mal auf. Im Hintergrund, also in Candy's Instrumentenarsenal. Da steht ein Zylophon. Und da stehen die, kurz gesagt, da stehen die Instrumente von Banjo, Kazooie und Mumbo rum. In dem Intro von Banjo, Kazooie, da singen die doch irgendwie so ein Lied da. Und dann hat Mumbo, Jumbo da irgendwie diese komische Zylophon und Kazooie hat diese komische Tröte und die lagen da gerade rum. Ist ja geil. So, jetzt sind wir hier oben. Schafschütze. Watz, 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 watz. Der hat aber gesessen. Oh, ja. So, dann fordere ich mal diesen komischen Seehund da raus. Den haben wir ja vorhin befreit. Ich glaube, das war so ein blödes Rennen irgendwie, ist aber ganz komisch. Hallo. Moin, moin, der freundliche Affe. Du hast etwas Gold ver... Hä? Oh. Oh, war geil. Danke, Mann. Wir sind Doki-Hong. Wir sind ein Affe. Yeah. So, jetzt kann ich doch irgendwie hier auch noch rinnen. Irgendwie ganz komisch. Oh, nein. Hä? Wie fahr ich denn? Wow. Woo. Alter, fuck, Alter. Woo-hoo. Wie geil ist das denn? Alter, ich sitze in einer Nussschale und... Fuck. Mach Platz hier, Mann. Platz für den Schäpp. Woo. Ey, du hast überholt. Voll fies. Wow, wow, wow. Wow. Scheiße, abgedrängt. Oh, fuck, ich darf noch dreimal daneben fahren. Woo-hoo. Oh, Runde zwei von zwei. Ey, voll fies. Ah, keine Angst, den kriegen wir noch. Ich weiß bloß gar nicht, wie viele Münzen ich überhaupt einsammeln muss. Voll, mir sind irgendwie gar keine mehr. Brauche ich hier alle Münzen? Ich hoffe nicht. Hätte ich nämlich ein kleines Problem. Oh, fuck. Okay, halb so wild, halb so wild. Halb so wild, halb so wild. Halb so wild, halb so wild. So, und jetzt habe ich hier noch Münzen gesammelt. Äh. Äh. Wir werden es ja gleich hören. So, sag an. Moin, moin. Verdammt lange her, seit ich zum letzten Mal verloren habe. Aber du solltest deine Beute haben. Oh, puh, ey. Genug Münzen. Okay, ich bin zufrieden. Donk. Donkey Kong. So, dann gehen wir mit Donkey Kong mal noch hier tauchen, weil ja hier Bananen waren. Habe ich nicht vergessen. Swut, 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 swut. Hier und da müssten die sein. Warum können die eigentlich unendlich unter Wasser bleiben? Banjo konnte das nicht. Diskriminierung. Weißt du, wo ich jetzt hingehen werde? Ich glaube, hier ist erst mal komplett falsch. Ich gehe jetzt mal zu dieser komischen Säule. Weil hier kann man, glaube ich, für Instrumente so für alle irgendwie. Ganz seltsam. Ganz, ganz merkwürdig. Okay, das eine hängt schon mal, ist jetzt unter Wasser. Und zwar das für Digi. Okay. Okay. Aha. Tür Nummer. Okay. Oh, fuck. Schnell, Donkey. Donkey. Schwimm. Das kann ja auch noch in so ein ollen Schiff da rein. Oh, wie sind da seine letzten Bananen drin? Das ist ja cool. Hä? Falsche Seite? Nee, der muss ja hier irgendwo sein. Hat Loch 5? Dann muss er aber hier sein, oder? Ja, okay. Rein da. Brrbrrbrrbrr. Oh, okay. Wir haben wieder unseren Helfer, weil es hier sonst zu abartig dunkel ist. Halt, Moment mal. Der Schmussstil ist geil, oder? Swumm, Swumm. Wie nennt man den? Egal. Oh, verdammt, ey. Wo sind wir jetzt, ey? Okay, Medaille. Okay, hier ist ein Bonus-Game-Fass. Und wir hängen ein Skelett an der Wand. Spiel muss ab 18. Ah, das ist geil. Bananenballern. Woo! Ich knall die Banane ab. Ich knall auf die Banane. Mein Reaktionsvermögen ist richtig gut geschult, oh yeah. Ich werde das schaffen, ich werde das ganz schnell schaffen, oh man, oh man. Weil ich das ja so gut hier kann. Herr Chunky will sich voll wehren. Und jetzt... Oh fuck! Ich muss den jetzt so reloaden, ich hab das voll vergessen, oh mein Gott. Ich muss das voll vergessen. Diddy Kong hat voll Angst. Ja, wer will schon gerne eine fette Melone in seinem Face haben. In seinem Face. Well done! So, her damit. Jump, jump. Ey, Donkey Kong hat alle seine Bananen hier. Der muss nur die Blaupause abgeben. Gut. Jetzt würde ich gerne bloß noch die letzten fehlenden Bananen. Wäre jetzt schon geil. Aua! Patrick, Mann, was soll denn das? Patrick, der Seestern. Okay, hier ist noch eine Bananenspur. Okay. Das ist schon mal eine gerade Zahl, also würde ich sagen, dass wir hier keine mehr finden werden. Aua! Du blöder Arsch. So, war das hier drin? Nur ein Bett. Ach, das ist hier ein Knast, wa? Okay, ein Pfeil zeigt uns den Ausgang. Hier ist noch das Skelette drin, ey. Unheimlich und gruselig. 20 Bananen fehlen uns bloß noch für den liebenswerten Affen. Und ich schätze mal, das werden Ballons sein. Oder wartet mal, vielleicht hier noch irgendwo hier unter? Ne, obwohl hier war doch was anderes. Hier waren nur so eine Dinger drin. Scheiße. Scheiße. Was machst du da? Was macht man da? Ich wechsle erst mal wieder. Hey, geil. Münzen für den Affen. Na komm, machen wir schon 60 draußen denn. Oder auch nicht. Mit wem kann der noch da hier drauf spielen? Den hat er noch hier gesehen. Äh, ne, Didikon war das Ding da verdeckt. Unter Wasser. Nehmen wir ihn. Der kann doch gleich seine Blaupause dann holen. Und für sich ja noch einen Ballon abknallen. Splat. Ja, zu dir komm ich gleich. Hä? Oh, das ist er. Oh, fuck. Oh. Okay, hier ist dann doch nichts mehr für Chunky. Wats, wats, wats. Wats, wats, wats. Fass. Wats. Down. Wow. Pack sie dir ein. Gut, aber noch was für Tiny ist hier. Ja, und mit der, die werden wir sowieso mal nehmen. Weil wir mit der noch zur Währung frauen müssen. Das aber alles im nächsten Part, meine Freunde. Wow. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So. Vielen Dank.